Ja, so ist es, zumal hier in der Kernzeit der Nachtragshaushalt 2015 beraten wird. Und in diesem Nachtragshaushalt wird der Bund im Jahr 2015 und 2016 für die Kommunen jeweils nochmal eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung stellen für die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge. Ob das reicht, darüber wird natürlich nachher zu diskutieren sein. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir den innenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Stefan Mayer. Und in der gleichen Funktion für die Bündnisgrünen Volker Beck und Herr Mayer, Sie sind seit Montag auch der Beauftragte für Flüchtlinge der CSU-Landesgruppe. Ihr Kollege Frieser ist Beauftragter geworden für die Integration. Das ist ein Novum in der CSU-Landesgruppe. Ich darf daran erinnern, dass wir bei Lampedusa im Jahr 2013 auch ganz viele Diskussionen hatten. Passiert ist danach nichts. Die CSU-Landesgruppe reagiert jetzt nach den neuen Vorfällen und setzt einen Sonderbeauftragten ein. Warum das? Ich muss da gleich korrigierend darauf hinweisen, diese Einsetzung des Beauftragten jetzt für Flüchtlinge erfolgt nicht als Reaktion auf diese schrecklichen menschlichen Tragödien jetzt im Mittelmeer, sondern insbesondere auf den Umstand, dass, wie Sie ja auch schon richtig erwähnt haben, wir natürlich auch in Bayern viele Kommunen haben, die unter diesen Herausforderungen sehr zu ächzen haben, die Schwierigkeiten haben, Unterkünfte für Asylbewerber zu finden. Und um auch hier eine stärkere Koordinierung auch vorzunehmen zwischen der kommunalen, der Landes- und der Bundesebene war es aus Sicht der Landesgruppe wichtig, dass man hier stärker auch mit einem Beauftragten arbeitet. Und ich gehe diese Tätigkeit mit sehr viel Engagement und auch mit sehr viel Leidenschaft an. Und es ist keine Reaktion auf diese Tragödien jetzt im Mittelmeer. Ich fand die Aktuelle Stunde, Herr Beck, gestern ganz beeindruckend hier im Hohen Hause. Es gab keine Wüstenschuldzuweisung, keine Beschimpfung. Das wäre auch deplatziert. Und ich muss von außen sagen, mit Moral kommt man ja nicht weiter, denn das ist natürlich ein Versagen Europas, was wir da sehen. Am Wochenende aufgeschreckt durch über 800 Tote. Aber mal ganz ehrlich, im letzten Jahr gab es alleine 3500 Menschen, die Mittelmeer ertrunken sind. Da ist auch nichts passiert. Passiert immer nur etwas, wenn der Fokus der Kameras auf dem Geschehen liegt? Also man muss sagen, dass zumindest auf europäischer Ebene jetzt umgesteuert wird, liegt an dieser Tragödie. Wir haben davor immer gewarnt, dass man Mare Nostrum einfach einstellt und diese Aufgabe nur an Frontrex in dem Programm Triton überträgt. Dieses Programm reicht nicht aus. Der Radius, in dem man agiert, ist viel zu klein. Und auch die Zahl der Einsatzkräfte ist zu gering, um das zu bewältigen. Man muss sich auch fragen, wenn Sie jetzt aufgestockt haben, die Mittel für den Einsatz von Triton, bleibt das immer noch um ein Drittel hinter dem zurück, was Italien mit Mare Nostrum geleistet hat. Und Sie haben richtig gesagt, auch das war nicht perfekt. Auch da sind noch Menschen ertrunken. Wir müssen aber alles tun, um Menschenleben zu retten. Das muss die erste Priorität sein. Wer im Wasser ist, da fragen wir nicht nach dem Status, sondern hier muss man den Ertrinkten vor dem Ertrinken retten. Das muss die Priorität der europäischen Politik sein und das ist sie immer noch nicht. Das, was auf dem Gipfel da am 20. besprochen wurde, ist nach wie vor im Wesentlichen doch ein Abschottungsprogramm. Wenn man hört, man denkt über ein Mandat für die Zerstörung von Schleuserschiffen nach, dann frage ich mich, auf welches Abenteuer man sich denn da einlassen will. Will man Bodentruppen, Bundespolizisten an die Küste Libyens schicken oder will man die aus der Luft zerstören? Da muss ich sagen, das ist nicht zu Ende gedacht und die Priorität muss erstmal sein, die Menschenleben zu retten und dann kann man gucken, ob man in Kooperation mit den Ländern, wo Schleuser Menschen ausbeuten, um Fluchthilfe zu leisten, ob man da mit Polizei vor Ort zusammenarbeiten kann, um diesen Leuten das Handwerk zu legen. Herr Meyers, es herrschen ja schreckliche Zustände in vielen Ländern, in Afrika zum Beispiel, Stichwort Syrien. Im Grunde genommen jeder Syrer, der hier bei uns an die Haustür klopft, müsste aufgenommen werden. Das Asylverfahren müsste positiv bescheinigt werden, denn dafür haben wir ja das Asylverfahren. Nun sagt die Union immer, wir müssen aber aufpassen, dass nicht die falschen Leute zu uns kommen. Nochmal, was Herr Beck gesagt hat, zunächst geht es doch um die unmittelbare Rettung der Menschen, die sich auf dem Weg hierher befinden. Wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man das umsetzen? Also eines muss vollkommen klar sein, die Verbesserung und die Ausweitung der Seenotrettung hat jetzt oberste Priorität. Es muss mehr getan werden. Die EU-Mission Triton wird aufgewertet. Ich bin auch der Meinung, es darf nicht sein Bewenden damit haben, dass man jetzt die Mittel einfach nur verdoppelt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass auch heute Abend bei dem Gipfel der Regierungschefs in Brüssel da auch noch eine weitere Ausweitung auch mit andiskutiert wird. Und mir ist auch eines ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass man hier auch nicht allein Italien und Griechenland in der Verantwortung lassen kann. Die Lösung dieses Problems oder zumindest die Abmilderung dieser großen Herausforderung ist eine europäische Aufgabe. Hier ist europäische Solidarität gefordert. Und es gibt hier auch, um dies auch klar zu sagen, keine Patentrezepte. Das hat auch gestern die Aktuelle Stunde gezeigt. Uns bringen zum einen mal Schuldzuweisungen jetzt nicht weiter, aber es wäre auch falsch, in Resignation zu verfallen. Und es bedarf mit Sicherheit eines großen Maßnahmenbündels, auch einer stärkeren Verzahnung von Innen-, Außen-, Flüchtlings- und Entwicklungspolitik. Wir müssen natürlich auch noch mehr tun, um die Fluchtursachen ursprünglich auch zu bekämpfen. Ich bin auch unserem Entwicklungsminister Gerd Müller auch sehr dankbar, dass er auch deutlich macht, wir müssen auch für, auch Europa muss für Entwicklungs- und für Flüchtlingspolitik noch mehr Gelder zur Verfügung stellen. Hier kann man auch noch mehr tun. Aber natürlich gilt es auch stärker zu differenzieren zwischen denjenigen, die tatsächlich verfolgt sind, die wirklich, denen Gefahr für Leib und Leben droht und denen, die persönlich vielleicht nachvollziehbar, aber in erster Linie aus wirtschaftlichen Erwägungen nach Deutschland kommen. Und wenn ich mir die Zahlen des ersten Quartals ansehe, dann ist es so, dass allein die Hälfte der Asylbewerber, die nach Deutschland gekommen sind, aus Europa gekommen sind, nämlich aus dem westlichen Balkan, mit Anerkennungsquoten von 0,1, maximal 0,2 Prozent. Ich stelle mir mal vor, wir hätten die Kapazitäten, die wir für die Kosovaren, für die Serben, für die Bosnia benötigen, jetzt frei für Syrer, für Menschen aus Eritrea, aus Somalia, aus dem Nordirak, aus Afghanistan. Dann wäre die Herausforderung in Deutschland, vor allem auch für die Kommunen, weitaus geringer. Deswegen wird mit Sicherheit auch ein Schwerpunkt in Zukunft stärker darauf gesetzt werden müssen, stärker zu differenzieren zwischen denjenigen, die kommen und vor allem die, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, aus dem westlichen Balkan kommen, schneller auch im Verfahren zu behandeln, sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen so zu behandeln, dass dann entsprechend auch die Rückführung wieder in den Westbalkan, auch von dort verstatten gehen kann. Das Asylverfahren ist dafür da, dass Menschen hier Aufnahme finden können, wenn sie die Asylgründe erfüllen. Dazu müssen sie aber erstmal, Herr Mayer, nach Deutschland kommen oder nach Europa. Und das ist ja das Problem vieler afrikanischer Flüchtlinge. Dennoch, Herr Beck, es warten alleine in Syrien über eine Million Menschen auf die Überfahrt. Da müssen wir jetzt sehen, dass diese Menschen nicht in Seelenverkäufer steigen und dann auch ertrinken. Aber wenn man allein mal diese gewaltige Zahl sieht oder die Gesamtflüchtlingssituation auf der Welt mit 51 Millionen, da muss man doch sagen, jedem und allem können wir hier es doch gar nicht recht machen. Das werden wir sicher nicht können, aber wir können mehr tun als Europa. Wir müssen, wenn wir den Schleusern das Handwerk lenken wollen, legale Zugangswege nach Europa schaffen. Und gerade bei Syrien ist es völlig klar, die meisten, die aus Syrien hier zu uns kommen, sind entweder als Flüchtlinge anerkannt oder bekommen subsidiären Schutz. Das heißt, das internationale Menschenrecht verlangt von uns, dass wir diese Menschen schützen. Dann sollten wir hier dafür sorgen, dass die Leute auch schnell in einer größeren Zahl nach Europa, auch nach Deutschland kommen können, als das bislang der Fall ist und möglich ist. Und es ist auch die Frage, warum arbeitet Europa nicht stärker mit dem UN-Flüchtlingshochkommissar zusammen und sagt, du kannst vor Ort in den Herkunftsstaaten Leute als Flüchtlinge anerkennen und wir erklären mit einer Resettlementquote, wir nehmen davon eine bestimmte Zahl an Menschen auf. Damit würde man den Druck darauf, dass Menschen einfach ins Boot steigen, weil sie sagen, hier sterbe ich allemal, ich werde hier verfolgt, ich bin hier in einem Bürgerkriegsgebiet, ich habe hier nichts zu essen, auf dem Boot überlebe ich vielleicht, vielleicht ertrinke ich auch so. So ist ja die Alternative für viele Menschen. Die steigen ja nicht aus Jux und Dollerei da rein und die wissen, in welche Gefahr sie sich begeben, halten aber diese Gefahr immer noch für das geringere Übel gegenüber der Situation, aus der sie versuchen zu fliehen. Herr Mayer, legale Aufnahmemöglichkeiten schon in Afrika, fordert auch der Koalitionspartner SPD. Man muss mit Sicherheit das auch vieles andenken. Was es hier anbelangt, gibt es diese Möglichkeit schon. Deutschland hat insgesamt ein Kontingent geschaffen für bis zu 30.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen, die auf vollkommen sicherem Wege über die deutschen Botschaften in Jordanien, im Libanon, in der Türkei nach Deutschland kommen können. Es wäre schön, wenn sich andere EU-Länder hier auch mal nach unserem Vorbild entsprechend ausrichten würden. Ich halte es für ein Trauerspiel, dass die EU nicht bereit ist, ein ähnliches Resettlement-Programm für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufzulegen. Und daneben muss man mit Sicherheit auch darüber diskutieren, ob es Möglichkeiten gibt, in den Transitländern, insbesondere im nördlichen Afrika, die Möglichkeit zu schaffen, den Asylantrag zu stellen. Das wäre natürlich ein Paradigmenwechsel. Das gestehe ich durchaus zu. Aber um es auch noch mal klar zu sagen, es ist Europa nicht würdig, dass vor den Toren Europas nicht die Freiheit wartet, sondern der Tod. Und hier muss entsprechend reagiert werden. Ich möchte nur auch noch darauf hinweisen, man kann über legale Zuwanderungsmöglichkeiten auch für Asylbewerber nach Europa nachdenken, nur unter einer Voraussetzung, dass damit dann auch das Schleuserunwesen eliminiert wird. Weil wenn das Ergebnis dann das ist, dass die, die den Weg über legale Zuwanderungsmöglichkeiten nicht finden, dann sich wieder in die Hände dieser skrupellosen und kriminellen Schleuser begeben müssen, dann ist letzten Endes nichts gewonnen. Und hier muss man mit Sicherheit auch noch effektiver und nachdrücklicher vorgehen gegen das Schlepperunwesen, wenn es darum geht, auch die Finanzierungsströme aufzudecken, zu bekämpfen. Hier kann auch Europa noch mehr tun. Darüber diskutieren sicherlich heute die Staats- und Regierungschefs. Lassen Sie uns noch mal einen Blick nach Deutschland werfen. Das Bundesamt für Migration rechnet mit 300.000 Früchtlingen dieses Jahr. Wenn man die Situation so anschaut, die Beschlüsse heute Abend eventuell mit einpreist, sagen die Grünen und auch andere, das wären sicherlich mindestens eine halbe Million, wenn nicht sogar mehr für Deutschland. Aber die konkrete Situation vor Ort, Herr Beck, muss man sich mal angucken. Die Kommunen haben jetzt schon schwer damit zu kämpfen, die Menschen unterzubringen, die im Moment im Asylverfahren sind. Wir haben es gerade gehört, 60 Prozent von diesen Menschen sind noch aus Osteuropa. Demnächst wird es wahrscheinlich sich umdrehen und afrikanische Flüchtlinge werden hier 60 Prozent, 70 Prozent ausmachen. Die Probleme vor Ort, wie wollen Sie die lösen? Sie fordern mehr Geld. Ja, natürlich. Man muss den Kommunen helfen. Die normale Bund, Länder, Kommunen, Finanzverteilung bei Flüchtlingsfragen geht davon aus, dass es sich um geringe Zahlen handelt. Das ist aber nicht die aktuelle Situation. Die Kommunen können so eine Situation nicht aus eigener Kraft stemmen. Deshalb muss der Bund hier seine Anstrengungen verdoppeln. Diese halbe Milliarde, über die gleich im Bundestag diskutiert wird, reicht da bei Weitem nicht auch. 2015, 2016, nochmal eine halbe. Ja, aber es werden ja auch 2015 und 2016 zusätzliche Menschen aller Voraussicht nach kommen. Und was mir völlig schleierhaft ist, warum angesichts dieser Situation, wo die Kommunen Enormes leisten, die Leute vor Ort um Unterbringungsmöglichkeiten in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde jeweils zu suchen, macht der Bund einen Flüchtlingsgipfel und lädt die Spitzenverbände der kommunalen Vertretungen nicht mit ein. Das finde ich wirklich kurios, weil vor Ort muss es gemanagt werden. Das machen nicht die Landesregierungen, die können das koordinieren. Aber die reale Arbeit und die realen Probleme haben die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Ort. Lieber Herr Beck, Sie wissen ganz genau, dass nach unserer Verfassung der Ansprechpartner des Bundes die Länder sind. Wir haben kein direktes Zugriffsrecht, keine direkte Zugriffsmöglichkeit auf die Kommunen. Ansprechpartner des Bundes sind nun mal nicht die Kommunen, sondern sind die Länder. Und um zu dieser Milliarde mal was zu sagen. Die Länder haben diesen Vertrag mit dem Bund Ende November letzten Jahres geschlossen. Im Bewusstsein dessen, dass die Zahlen zunehmen und auch mit dem klaren Inhalt, dass diese Zahlung abschließend ist. Ich bin ja durchaus der Meinung, dass der Bund noch mehr tun kann und auch noch mehr tun wird, um die Länder zu unterstützen. Aber mir geht es vor allem um die Unterstützung der betroffenen Kommunen. Und was ich nicht möchte, dass die Länder klebrige Finger bekommen und die Gelder des Bundes abgreifen und nicht an die Kommunen weitergeben, die wirklich die großen Herausforderungen zu meistern haben. Und was mir auch noch wichtig ist, wenn die Länder mehr Geld wollen und auch bekommen, dann müssen sie auch bestimmte Bedingungen erfüllen und auch Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel, indem sie auch stärker die Personen abschieben, die kein Recht auf Asyl haben. Indem sie auf Wintererlasse verzichten. Indem sie mehr Erstaufnahmeeinrichtungen vorhalten. Also es kann nicht sein, dass die Länder nur die Hand aufhalten, wie die Raupe nimmer satt. Und ihrerseits aber nichts dazu tun, die Situation zu verbessern. Herr Beck, wir wollen jetzt nicht weiter über Geld streiten, weil Geld ist natürlich in einem reichen Land wie Deutschland durchaus da. Die Frage ist, wofür man es verwendet und wofür wir es verwenden müssen. Vor Ort sieht es doch mittlerweile so aus, dass die Aufnahmekapazitäten, die man geschaffen hat, jetzt voll sind. Man muss dann neue schaffen. Dafür wird sicherlich Geld notwendig werden. Aber man muss auch darauf achten, so wie das Bernd-Jürgen Schneider gesagt hat, der Hauptgeschäftsführer NRW, Städte und Gemeindebund. Und man muss auch aufpassen, dass die ganze Situation nicht überdreht wird. Sportvereine, die ihre Sporthallen seit Monaten zur Verfügung stellen. Bürger, die freiwillig Flüchtlinge unterbringen. Neue Flüchtlingsheime, die in der Nachbarschaft gebaut werden und bisher durchaus positiv angenommen werden. Es gibt ganz viele positive Beispiele. Leider müssen wir von der Presse immer den Finger auf die negativen Beispiele legen. Das tue ich hier auch mal. Zum Beispiel hier in Berlin ziehen heute gerade 75 Flüchtlinge, im Asylverfahren befindliche Flüchtlinge, in ein zweites Containerdorf ein. Da hat es am Montag einen Angriff auf die Wachleute gegeben. Also auch dieses gibt es mittlerweile schon in Deutschland. Wie will man denn dem Vorschub leisten? Ja, indem man vorausschauender handelt. Und deshalb plädiere ich eben dafür, dass man die Kommunen stärker unterstützt, damit sie vorausschauend Aufnahmekapazitäten schaffen können. Also wir diskutieren in den Kommunen, das weiß ich aus meiner Heimatstadt, gegenwärtig auch, wo wir einen Baugrund haben, um entsprechend Unterkünfte auch neu bauen zu können, um zuzubauen, um dann Kapazitäten zu haben, wenn die Leute vor der Tür stehen. Und nicht, wie wir es jetzt leider oft haben, gucken, haben wir irgendwo noch eine Turnhalle, haben wir einen Platz, wo wir Zelte aufstellen, weil wir gerade keine Unterkunft haben. Das darf, wenn wir wissen, dass weitere Leute kommen, nicht passieren. Das kann man vorausschauend regeln. Aber dazu brauchen die Kommunen natürlich erst mal die Finanzen, um das machen zu können. Sonst leben die von der Hand in den Mund. Und das führt zu unguten Situationen, worüber sich dann die Bürger auch nicht ganz zu Unrecht aufregen, weil das zu Situationen führt, die nicht sein müssen. Und die Politik muss sich vermeiden. Und da fehlt es mir an der vorausschauenden Politik. Wenn man sagt, vor einem Jahr haben wir das so vereinbart, vor einem Jahr haben wir aber auch nicht gewusst, wie viele Leute zu uns kommen. Jetzt wissen wir es, jetzt müssen wir entsprechend handeln. Darüber wird jetzt im Bundestag weitergestritten werden. Herr Becker-Meyer, wir könnten noch lange reden, vor allen Dingen auch über die Frage, was das politisch involviert, diese vielen Menschen, die zu uns kommen in der Nachbarschaft. Bisher, das muss man noch mal ganz klar sagen, ist es eine ganz positive Aufnahmebereitschaft hier in Deutschland. Jeder Vierte laut einer Umfrage würde Flüchtlinge auch bei sich zu Hause unterbringen. Das ist doch eine imposante Zahl, wie ich finde. Und damit gebe ich jetzt rein in den Deutschen Bundestag.